Herzlich Willkommen beim Gästetelefon. Hier kannst Du Deine ganz persönliche Nachricht hinterlassen. Ob kurz oder lang, gefühlvoll oder lustig, bleibt ganz allein Dir überlassen. Bitte sprich nach dem Piepston. Und los geht's! Liebes Brautpaar, Mark Twain hat einmal gesagt, Freude lässt sich nur voll auskosten, wenn sich ein anderer mitfreut. Und wir freuen uns riesig mit Euch. Es ist so schön zu sehen, wie glücklich Ihr miteinander seid. Danke, dass wir den Tag, an dem Ihr Euch offiziell das Ja-Wort gebt, auch mit Euch feiern dürfen. Für Euren gemeinsamen Weg wünschen wir Euch viel Abwechslung, spannende Abenteuer und vor allem, dass Ihr Euch auch immer so anstrahlt wie am heutigen Tag. Fühlt Euch umarmt, Eure Birgit